Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute gibt es für euch die Veko Flashbang. Zehn Stück sind in einer Packung, die haben 2,99 Euro im Lidl gekostet. Es sind Bombenrohre, wir gucken uns die mal an. Ja, die sind auf jeden Fall kleiner als andere Flashbangs und deswegen wahrscheinlich auch nicht so stark. Zum Beispiel die von Niko sind auch viel lauter. Wir probieren die trotzdem wie jedes Jahr aus. Mal gucken, vielleicht sind sie ja besser als letztes Jahr. Ich tippe mal, sie sind so Standard, weil sie die auch sehr billig zubekommen. Viel Spaß dabei. Flashbang von Veko. Mega laut, ich habe natürlich jetzt keinen Kontrast mehr, weil wir das erste Mal geschossen haben dieses Jahr. Aber ich glaube die Niko waren immer lauter die letzten Jahre, aber der hier war auch schon stark. Hallo, Herr Yann-Uggen. Untertitelung des ZDF, 2020